Hallo, heute zeigen wir euch einmal die neue Machete von Valter. Das ist die Valter Mach-Tec 5. Wo steht das? Da MT5 ist nur eine Abkürzung für Mach-Tec. Das hier ist die neue Verpackung von Omarex. Früher, ihr kennt ja noch die Mach-Tec 1, 2, 3 und 4. Da werden wir mal ein anderes Video machen, wo wir alle vier vergleichen. Da gibt es noch die alte Verpackung. Und das hier ist jetzt noch das neue Design oder die neue Verpackung von den ganzen Valter-Produkten. Also, das hier ist einmal die Machete. Die sieht optisch etwas nach so einem Tanto-Messer oder ist eine Tanto-Klinge. Genauso wie bei der Mach-Tec 4. Die Mach-Tec 4 ist letztes Jahr, also 2020, rausgekommen und hat auch ungefähr die gleiche Verpackung wie hier. Ja, Valter hat gesehen, hey, die Form läuft. Deswegen haben die das wahrscheinlich beibehalten. Die ist aber etwas kürzer als die Mach-Tec 4, würde ich jetzt behaupten. Was noch ganz gut ist, Holzgriff. Auf der Seite und sogar auf der Seite. Die ganzen Macheten und auch die Messer von Valter werden immer mit so einem Kodura-Holster oder Kodura-Scheide ausgeliefert. Einige Messer haben sogar eine Lederscheide. Eine Machete wird natürlich auch für sehr viele Filme genutzt. Die brauchen die ab und zu. Aber auch im Garten kann man eine Machete nutzen. Man kann sogar Salat damit schneiden. Das geht. Wir gucken mal, was die Machete noch für Features hat. Uns sollte bewusst sein, dass das eine feststehende Klinge ist. Die können wir nicht einklappen. Das geht nicht. Was hat die noch? Stahl ist 440er C. Das ist eine Tantoklinge. Das hatten wir auch schon. Holzgriff, das ist halt wirklich mal was Neues bei Valter. Das hatten die bis jetzt bei keiner Machete. Die Machete hat ein Gewicht von 580 Gramm, eine Gesamtlänge von 465 Millimeter und eine Klingenlänge von 315 Millimeter. Ich glaube sogar, die Machete 4 war auf jeden Fall länger. Ist auch egal, das machen wir in dem anderen Video. Was soll ich euch dazu sagen? Also die sitzt gut in der Hand, aber wie meine Meinung ist, ist eigentlich erstmal egal. Ihr könnt euch gerne eure eigene Meinung bilden. Die Machete haben wir hier im Laden und sogar im Shop. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und abonniert einfach den Kanal. Tschüss.